Hollywood sind wir nicht. Aber was zeichnet uns aus? Wir führen eigenhändig die Dreharbeiten, den digitalen Schnitt und die Farbkorrektur sowie die Nachvertonung durch. Wir sind leidenschaftliche Filmemacher und geben alles für gute Aufnahmen. Naja, fast. Die richtige Perspektive ist entscheidend für die Qualität eines Films. Deshalb erzeugen wir dank unserer Flugdrohne auch tolle Luftaufnahmen. Wir haben ein Netzwerk aus Profisprechern, Textern, Visagisten und vielen mehr, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Dank modernster Technik sind der Videografie kaum Grenzen gesetzt. So kann man kreativ an jede Szene herangehen und der Illusion freien Lauf lassen. Wir versuchen stets die simpelste Lösung zu finden, um Ihr Projekt schnell und preiswert umzusetzen. Natürlich ohne Qualitätsverlust. Das sind wir. Und wir verfilmen Ihre Idee. Nick Geisler Films Das ist ein Bild. Und wir sehen uns.